Hallo Leute, Manu läuft gerade vor mir. Kennt ihr das, wie man so einen Hund an der Leine hat? Läuft der andere immer so 10 Meter vor, weil Molly immer überall stehen bleiben muss und überall schnuppern muss. Wir sind nämlich jetzt hier gerade in Kreuzberg und waren eben gerade was essen, das haben wir aber vergessen mitzufilmen. Wir waren bei, wo waren wir, Cheeseburger, gell? Ja, ja, genau. Genau, da waren wir, es hat echt richtig gut geschmeckt, war echt voll günstig auch. War zwar ein ganz kleiner Burger, aber war richtig lecker, gell? Ja, aber deswegen haben die doch auch im Menü, du kannst ja zwei Dings nehmen, zwei Cheeseburger und Pommes und Cola für 6,70 Euro. Also zwei Burger, weil die so klein sind. Ja. Ja. Und ja, jetzt wollte ich zum Kotti, weil am Kotti gibt es irgendwie, das hat mich Lara letztens gefragt, wo es das hier denn in Berlin geben würde. Und zwar ist das, das nennt sich Dragon Breathe, halt irgendwie Drachenart, was für Brut? Atem, Breathe heißt doch Atem. Ach so, Atem. Da kommt ja Rauch dann aus dem Mund, wenn man das halt isst. Und das wollten wir halt ganz gerne mal probieren. Wir haben auch gestern mit Lisha und Lu darüber gesprochen, so von wegen, ja, wo ist das am Kotti genau? Da haben wir uns das ein bisschen erklärt, weil die kennen das irgendwie. Nein, Molli, nicht schnuppern. Oh, das ist wirklich so schlimm, wenn der Hund wirklich jede Sekunde stehen bleiben möchte und schnuppern will. Und besonders da, wenn es kacke ist, ne? Da bist du ja. Das das aussieht. Oh, das kalmt ja richtig. Ja. Was ist das denn? Schmeckt das? Oha. Hä? Oha. Oha. Na, was schmeckt das denn? Lecker. Aber süß oder sauer, was ist das? Kalt. Kalt? Schmeckt echt lecker, will ich mal probieren. Das schmeckt so richtig, also es schmeckt irgendwie ein bisschen salzig, aber auch süß, wie nach Chips irgendwie. Aber es schmeckt richtig geil. Guck mal, wie cool das aussieht. So, Manu, musst jetzt den Test machen. Hm, nein, nein. Ich finde das ist so cool. Das ist aber ganz gut kalt. Ist das richtig eiskalt, oder? Wie Eis? Oha, dann kann ich das eh nicht essen mit meinen Zähnen. Doch. Ist doch voll weh in den Zähnen dann, oder? Das ist voll geil. Da kommt schon voll viel Luft raus. Ich wusste ja eben grad auch ne Anleitung durchlesen, wie man das isst und so. Weil du darfst nicht komplett durchbeißen und so. Mach mal ein Boomerang von mir, ich will das auf Instagram haben. Das ist gut? Das ist gut. 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 Du wolltest nicht probieren und es war so lecker. Ich habe Angst, dass es an meinen Zähnen wehtut. Ja. Bestimmt, er war ja wieder beim Zahnnis der Banu. Und jetzt hat er ein bisschen Angst. Musste Wurzel behandelt werden und so. Ja. Ähm. Ja, es ist auf jeden Fall kalt, aber schmeckt so lecker. Ich habe mich jetzt voll, ähm, ja was heißt voll geärgert. So geärgert habe ich mich jetzt auch nicht. Aber ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich keine große genommen habe. Also es gab klein und groß, klein kostet 3,80 Euro und groß, ich glaube 4,80 Euro. Und es geht voll schnell. Die machen das einfach in so eine Maschine rein, holen das nach 10 Sekunden wieder raus und dann hast du schon dein Essen sozusagen. Und das schmeckt so ein bisschen nach Chips, also so ein bisschen, wie so ein bisschen Popcorn. So Popcorn mäßig schmeckt das. Aber das sind halt diese so Bälle halt eben. Boah. Und ich weiß nicht, schmeckt mega lecker einfach nur. Das muss man mal gegessen haben. Also wenn ihr mal in Berlin seid, kommt auf jeden Fall mal zum Kotti. zu, ähm, Smokepops, so heißt der Laden. Dann müsst ihr einfach nur, das regt nicht so auf, ne? Was denn? Die Leute hier, die, die holen erst den Hund zu sichern, wollen den all streicheln, wollen den anfassen und so. Man fragt doch vorher, ob man den Hund streicheln darf. Aber man, ja. Ja, wir fahren jetzt erstmal. Ja, wir fahren jetzt erstmal hier weg, weil das ist mir ein bisschen zu viel Dufel. Polly fährt erst noch ein bisschen U-Bahn. Die mag das. Noni, magst du das? Ist das fein? Ja. Ist das fein, ne? Mhm. Ist voll aus dem Fuß. Wir waren jetzt so lange mit der Gastin, zwei, zwei Stunden mit der, so durch den Park gelaufen. Da waren wir was essen. Ja. Das ist immer eine gute Idee. So, endlich zu Hause angekommen. Oh, Molly muss erstmal Füße waschen. Sarah ist schon fleißig dabei. Hallo? Ja. Au. Ist das lieb? Naja, es geht. Die mag halt kein Wasser, ne? Molly. Oh, die hat richtige Matschmüße. Molly. Pass auf. Nee, die ist total egal. Guck mal, guck wie die ihre Pfote mal wegzieht. Molly. Hallo. Fein. Ach Molly, gib doch mal deine Pfote, dann geht's doch viel schneller. Guck mal, komm, die sind nicht mehr. Das ist doch nur Wasser. Oh Gott. So, was wollen wir denn jetzt machen? Essen, oder? Ja. So. Jetzt wird erstmal gekocht. So Leute, wir stehen jetzt in der Küche und ich habe mir was ganz Tolles überlegt, das Manus Kreation, die ich heute nachkochen werde. Aber du hilfst mir dabei. Ja. Und zwar, erklär mal was du heute kochen, was du letztens gekocht hast, so aus Jux und Dollerei, was so lecker geschmeckt hat. Ja. Nudeln mit, wie nennt man die Würstchen? Wiener Würstchen. Wiener Würstchen, ja. Eigentlich können wir die so reinknallen, die sind ja schon geschneiden, die müsst ihr ja gar nicht nochmal schneiden. Besser ist nochmal durchschneiden einmal. Hm. Das würde ich jetzt sagen. Ich kann mich so gar nicht konzentrieren, weil ich habe gerade wieder meine Zahnschienen reingemacht. Ich habe die nämlich, ähm, ja, beim Essen rausgenommen und dann danach auch nicht wieder reingemacht. Weil Manu meinte, ich soll mir lieber nach einem Essen die Zähne putzen, weil ich ja halt auch Cola und so getrunken habe. Und warte, ich mache die einfach mal so. Oh, das ist so nervig hier. Wir haben in der Küche so automatische Türen. Also du musst einmal nur so rankommen und es öffnet sich sofort. Es ist so nervig. So dann, oder was, nur einmal. Ja, und jedenfalls habe ich die jetzt gerade wieder reingemacht und ich habe unnormale Schmerzen. Und ich könnte wirklich ausrasten. Ich würde mir immer wie so eine Zähne rausreißen. Manu soll mich nicht anstellen, aber ich habe sie ja oben und unten. Und Manu hat seine nur unten. Also sie hat ja auch so eine durchsichtige Zahnspange. Ich kann euch das später auch nochmal zeigen. Ich bin wirklich am Verzweifeln aktuell. Aber viele von euch meinten, ja, das wäre normal. Hast du schon Salz reingemacht? Ne, Salz habe ich noch kalt reingemacht. Molli, geh mal auf den Platz. Ah, die gab doch einen Weg. Komm her. Willst du eine Wurst? Hier, nur für dich Molli. Ja, fahr rein. G đầul, hin. Halt, dere, linge. Ich kann mich noch jeden. In das alles Café. Ich kann mich noch auf dem Ltag. Ich kann mich noch auf dem Ltag. Das ist alles von Ltag. Ich kann mich noch auf den Ltag. Ich kann mich noch auf dem Ltag. Ich habe meine Schienen hier reingepackt in dieses Ding und dann muss ich mir nach dem Essen wieder die Zähne putzen. Ich mache das immer so, also muss man eigentlich nicht unbedingt, aber ich mache es halt einfach, weil ich echt ein bisschen Angst habe vor Karies. Aber man merkt wenigstens, dass was passiert ist schon mal gut. Und hat es dir geschmeckt? Ja klar. Aber es war voll viel. Ja, es war echt viel zu viel. Ich leg das jetzt im Kühlschrank, es ist ja später weiter, weil das war echt richtig, richtig viel. Du hast auch noch was übrig gelassen, gell? Ja, ein bisschen. So ein bisschen, ja. Ich esse jetzt so ein Eis, willst du auch? Nein. Ist mir zu kalt, gell? Nein, nein. Ich habe jetzt voll Hunger auf Eis und wo sind die denn hin? Hier, das will ich haben. Das ist mein Lieblings-Eis. Molly, du bist ein ganz kleiner Stinker. Und nein, du kriegst nichts zu essen. Nein. Wo war's? Hello, Leute. Nicht Angst, aber schaut mal, mit wem Manu und ich hier sind. Wir sind mit Lisa und Lu auf dem Rummel tatsächlich. Und ähm... Hallo. Guck mal, was hier schon... Oh mein Gott, hallo. Ich bin sehr froh. Karussell fahren. Und die wollen nicht. Ich finde das total toll. Dieses Ding. Ja? Ja. Lisa fährt zu... Ja. Wenn wir abkrachen, egal, oder? Das Ding fährt nicht. Dieses Ding fahr ich nur nicht, was da ganz hoch in der Luft schwebt, weil das sind wir auf der Dippermesse einmal gefahren. Leute, das hat mir so die Luft abgeschnürt da oben, weil ich einmal so rausgeflogen bin und dann voll gegen diese Anschnalldinger. Und dann habe ich da oben keine Luft mehr bekommen und es war so schlimm für mich, deswegen fahre ich dieses Ding da nicht. Ja, einfach schauen, was hier so schönes gibt. Ich habe voll Hunger. Habt ihr auch alle Hunger? Ja, mal übel. Aber willst du deine Dings da haben? Superbottel? Nee, Dings da. Nee, noch nicht. Schöpfe. Nein, das Ding ist. Wann seid ihr aufgestattet? So, was wollen wir fahren? Was? Was wollen wir fahren? Ich weiß es noch nicht. Das da? Ja, können wir gleich fahren. Erst was wollen wir gleich sagen, ich will's nicht fahren. Was? Warum nicht? Ja, weil ich seit letztens keine Luft umbekommen habe. Ich habe ja Schiss bekommen. Jetzt lege ich einmal so raus und dann drückst du, äh, fällst dich in diese Anschnaller und das drückt dich hier so richtig fest. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe Hunger. Ja. Wie schon, du haben auch Hunger. Hunger! Nee, nee, nee. Höre, ***. Auch dasselbe. So, Manu. Oh Gott, das ist so laut. Manu und ich haben uns gerade in Bratwurst gewinnt. Und Lisha und du holen mich hier gerade Pommes. Ähm, solche, wie heißt ich hier die Cheap Pommes? Und, ähm, Manu und ich wollen ja noch Dress essen. Der soll doch noch Dress essen. Ja, Mann. Und du musst Masi fahren, gell? Dann tippst du. Wie fand ich schmeckt? Was ist denn scheiße? Bei Europapark gehe ich überall rauf, aber hier war ich nicht sicher. Hier vertraue ich dir nicht. Was macht ihr jetzt? Ich werde alle treffen, Digger. Ich werde genau die Mitte treffen. Heute habe ich gesagt, ich will die Frau Barth da. Er sagt, ja, wo ist es hier? Wessen wir jetzt? Das hier oder was? Das ist doch ein Lama, das ist kein Schaf. Richtig schwer. Kann man die Reichen unterziehen? Ja. Er schenkt erst mal an. Was ist das ganz normal? Ja, wir haben eine Pyramide. Das ist anders. Okay. Ja, wir haben Arzt ein Toffee. Wir haben Kanoffelskumpel. Was müssen wir denn dafür machen, dass man das Lama da bekommt? Wann den Jürgen! Was müssen wir denn dafür machen, dass man das Lama bekommt? Oh, wie schön! Oh fuck! Oh, was soll denn? Das ist doch geil! Oder eher eine Mini-Spirale. Was sind wir zusammen im Wald? Ja. Welchen von denen? Sind die Pink. Sie wollen den O-Bahn und die Frauen mit ihr hören. Sie wollen den Pink haben. Ja! Das ist ja schön. Ja, ist sie! Wie hast du denn von mir? Das war wohl nicht für den Lama. Wollen Sie mich auch mal versuchen? Nee. Sicher? Ja. Aber ist doch egal. Ich muss schießen. Ich kann gut schießen. Ey, das ist so ein hässiges Teil. Aber was ist das? Und die Dosen gehen nicht runter. Doch, geht schon, Digga. Doch, doch. Ich weiß es dir. Eine Plätze mal stehen. Glaub mir. Ja, ich weiß das, Digga. Egal wie du dagegen bist. Eine bleibt stehen. Man muss genau da. Ich weiß es nicht. Nein, heute ist es nicht. So, wir wollen das Ding hier gleich fahren. Das ist gar nicht so schlimm wie das andere. Das dreht sich so richtig geil. Und das geht dann nur so bis zur Hälfte hoch. Das blockt halt auch nicht schnell. Das ist so geil. Wollen wir auch noch ins Rad fahren? Ja? Ja, Mann. Wir müssen raus. Ja, Mann. Ich habe jetzt eine Achterbahn gefahren. 100 Meter hoch. Ich habe neben an der Seite, wo nichts rauskommt. Ich habe den Kopf runter. Ich habe den Kopf runter. Ich habe den Höhnern. Ich habe den Höhnern. Ich habe den Höhnern. Das habe ich auch nicht. Aber ich habe Sachen über den Kopf. Das geht einfach langsam. Das ist langsam. Das sieht nur schnell aus. Diese Achterbahn runterfahren war echt heftig. Das ist so alles hoch. Da ist gar keine Sicherung. Du denkst, du fällst runter. Achst, du fällst runter? Nein. Nein. What is he doing there? Er ist einfach echt politisch wie da rein. So, wir fahren jetzt wilde Maus. Eine Achterbahn. Oh mein Gott, Leute. Das war so schlimm. Lu hat alles aufgenommen. Checkst du dir gleich, gell? Boah, ich habe es so geschrieben. Und hier ist unser Bild. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mila. Oh mein Gott, Hold it. Sag immer her. Da kann man nicht schwimmen. Guck meine Haare an. Wir haben recht Angst. Hi, hi, hi. So so und so. So so und so. Ich sage es auch so. So so. So Leute, schaut mal, wo wir hier sind. Manu, willst du mir eine Freude bereiten mit einem Einhorn? Willst du mir eine Freude bereiten mit einem Einhorn? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bist du sauer. Mal gucken, bei Manu... Oh, ein Nemo. Warte, ich will Nemo rausholen. Mal gucken. Der ist Nemo. Aber den kriegt sie nicht. Warte, bis er nicht stehen bleibt. Ich hätte den mal gehört. Den mal weiter. Den vorne. Welchen nach denen? Ja, Mann. Weil der könnte sein, wenn er ihn kriegt, dass er ihn noch mit runter wirft. Sarah, 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 Sarah. Aber kriegt sie nicht, glaubt ihr. Komm schon. Alter. Aber ich muss noch ein Loch verloren. Oh mein Gott, Leute. Das muss jetzt wirklich sein. Ich bin so ein Fan von Mario. Mal gucken, ob du es schaffst diesmal. Ich will aber Joschi haben. Ja, na wohl Joschi. Was denn? Er macht einfach. Er macht einfach. Ich bin einfach gemacht, der Bastard. So ein Leblinger-Tuttensohn, Alter. Geht doch da, was ich nicht leise. Geht doch da, was ich leise. Wohl, Mann. Krieg du keinen. Er macht einfach, gell? Er macht einfach. Er wird richtig sauer schon, Mann. Wird richtig sauer. Ich will unbedingt so einen haben. Ich liebe dich. Ja, das Ding kriegt er eh nicht. Ich glaube, du hast zwei Züge. Und ab dann macht er es alleine. Hab ich auch gesagt. Aber nach zwei hat er nichts gemacht. Ich hab dich auch genommen. Ja, Mann, Digga. Er hat sich gefragt. Er hat sich vor einen Scheiß 30 Euro, Alter. Erzähl mir, was du gerade gesagt hast, der Frau. Ich hab sie auch gefragt, ob es normal ist, Geschäfte zu machen mit Sachen, wo man eh nicht gewinnt. Geil, Digga. Noch ein Joschi. Aber da wird dich kommen. Digga, du wirst ein Leben, der ganz locker sitzt. Ach ja, da sitzt keiner mehr. Du hast immer ein Joschi geholt. Wir wollten tauschen. Aber die Frau ist weggegangen. Weil Liesch hat mir vorher die Meinung gesagt. Und dann ist sie irgendwie weggegangen. Ist halt echt ne Verarschung. Ja. Wir haben den eher rausgeschubst als rausgegriffen. Und ich will den eigentlich dann rohen. Aber ich werd mal zu der Frau hingehen und werd mal ganz viel fragen, ob die mir den rosa gibt. Bei 5 Wochen. So, wir sind wo? Im Riesenrad. Im Riesenrad. Im Riesenrad. Freust ihr dich schon? Ja. Dann können wir mal die Aussicht genießen. Du hast keine Höhlenangst, gell? Früher mal, aber heute nicht mehr. Das war voll schnell. So, was geht bei euch? Es stirbt. Es stirbt. Es stirbt. Es ist übertrieben schnell. Kann man das auch drehen? Ja. Ja. Höhlen. Guck. Yoshi. Aber Lisha drauf. Manja. Dieses Ding kann man hier drehen. Alemania. Alemania. Aber Lu hat es nicht an. Oh, krass, guck mal. Es ist auch ein Riesenrad. Lu kackt sich gerade richtig neben mir ein. Es riecht schon komisch. Was hast du für ein Ding da? Das ist ja krass. Hände sich. Es riecht geiles Licht. Übel. Das muss ich auch mal holen von den Paparen. Leute, schreibt mir jetzt in die Kommentare, habt ihr Höhenangst oder habt ihr keine Höhenangst? Das ist hier so der ganze Rummel. Er ist gerade richtig sauer. Lisa war ein richtiger Fax hier, die dreht dieses Ding. Oh mein Gott, Alter. Ich hab noch nie so schnell das Riesenrad gehabt. Das ist aber ganz schön schnell, oder? Ich war noch nie in so einem schnellen Riesenrad. Hier sind jetzt die Parkplätze voll nah am Rubbeln. Weißt du, dass ich krass finde, dass es so offen ist? Ja. Wie willst du hier rausfallen? Jetzt bleib mal bewusstlos. Dann musst du ja so werden und dann so machen. Ja, aber weißt du, dass wir dann rausfallen? Ja man, das ist leicht. Ja. 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 Ja.